Herzlich willkommen auf der neuen BASF.com. Hier finden Sie alles, was Sie über BASF wissen möchten, an einer Stelle. Eine BASF, eine Website. Egal ob Sie BASF.com am Laptop, am Tablet oder mit dem Smartphone anschauen, dank des flexiblen Designs werden die Inhalte immer optimal dargestellt. Die Website zeigt Ihnen automatisch die relevanten Inhalte für Ihr Land in der passenden Sprache an. Diese Funktion ist bereits jetzt für ausgewählte Länder verfügbar. Weitere Länder werden laufend ergänzt. Wenn Sie Standort und Sprache ändern wollen, wählen Sie einfach die gewünschten Einstellungen im Länder- und Sprachmenü aus. Die Website ist unterteilt in drei Bereiche. Die Inhalte sind übersichtlich strukturiert und die schlanke Navigation ermöglicht Ihnen einen schnellen Einstieg in Ihr Thema. Im Bereich Unternehmen finden Sie alles zu Karriere, Informationen für Investoren, den Pressebereich und Infos zum Thema Nachhaltigkeit bei BASF. Unter Produkte und Branchen finden Sie einen Überblick der BASF Produkte und Lösungen unterteilt nach Branchen. Diesen Bereich werden wir in den kommenden Monaten weiter für Sie ausbauen. Unter Chemie, die verbindet, erfahren Sie, wie Chemie das Leben der Menschen verbessert. Wir haben die neue Website für Sie entwickelt, damit Sie schnell und einfach finden, was Sie suchen. Um uns zu verbessern, freuen wir uns über Ihr Feedback. Schicken Sie uns Ihre Ideen und Anregungen per E-Mail an corporate.internet.basf.com oder auf Facebook und Twitter. facebook.com.basf bzw. twitter.com.basf Viel Spaß beim Entdecken der neuen BASF.com BASF. We create chemistry.